Damals der HSV im Volksparkstadion, auf jeden Fall im alten Stadion, keine Ahnung, wir sind damals mit der E- oder F-Jugend ins Stadion gefahren. War total unwichtig gegen wen. Auf jeden Fall war das mein erstes Spiel. Der HSV, ich komme ja aus dem Norden und von daher war es dann normal. Giovane Elber, damals das magische Dreieck bei VfL Stuttgart. Wenn ich dann mal abends Fußball geguckt habe, dann hat er viele Tore geschossen und das fand ich super. Ein Jugend-Nationaltrikot vom besten Freund meines Bruders. Der hat damals in der U16 Nationalmannschaft gespielt und hat mir damals ein Trikot von ihm geschenkt. Da habe ich mich sehr gefreut gehabt. Der TSV Bollingstedt. Klaus Thiessen. Mittelstürmer. Bayer Leverkusen gegen Newcastle United Champions League. 2 zu 0 Heimsieg am 18. März 2005 gegen KS Lautern. Ich war Innenverteidiger und Harley Eilchentopfer Stürmer damals. Synes Mose Band Riss mit 18. Ja, genau.